45, was? 45? Hier, hier, hier ist das... Nein! Du volle... Nein! Joooooo, meine Kartoffelfreunde und willkommen zu einer Wechselfolge. Let's battle! Mit dem Theopra! Okay, letztes Mal waren wir hier runtergegangen, war wir hier gesucht haben, äh, hier. Äh, wir können doch auch mal wieder hoch. Lapis Lazuli, nein, wir sind doch gerade erst runtergegangen, letzte Folge. Wir wollten doch nach Lapis suchen oben, also gucken, ob wir welches haben. Nein, wir haben keinen, jetzt komm hier runter, Alter. Du Dreckssack, du! Ähm, ja, für... Vielleicht wundert sich der eine oder andere, warum ist denn da ein Waypoint auf deiner Map? Ja, ich hab, äh, die alten Waypoints wiederherstellen können. Deswegen steht hier auch Latest Death, nicht wundern, wir sind nicht gestorben. Äh, Alex, Alex. Kusch mal kurz auf mich auf, ja. Nein, ich bin runtergesprungen gerade! Oh nein, Alex! Ach, du denn für ein Missgeburt? Oh, kaki! Ah, du hast es wieder geschafft, Alter, Junge! Ja, klar! Ja, ich hab, ich üb doch privat. Oh! Äh, warte mal ganz kurz, wie... Was haben wir denn da? Ich hab nochmal, äh, M, dann auf Options. Ach so, was willst du machen? Die Waypoints will ich suchen. Ah, hier. Bei den Latest Death, den lösche ich jetzt mal. Mo, kannst du das nicht mal vor der Aufnahme machen? Nein. Wie unprofessionell bist du denn? Ja, ich bin, ich bin die unprofessionelle heutiger Am Schinner. Versteh ich? So sieht das nicht aus, Bruder. So, komm, wir müssen... Wir müssen hier die Kohle abbrauen. Nein, scheiß auf die Kohle! Wir haben, ich hab... Warte mal. Ähm, tschüssi. Hey, Alex. Wom gehst du? Was machst du? Ich geh mal allein... Ich bin mal hier... Oder mach doch nicht so mit mir. Komm mal kurz mit, bitte. Ich will nicht. Scheiß mal auf die Kohle. Nein, ich geh jetzt hier runter. Du wirst wahrscheinlich, wenn du unten bist, nicht mehr hochkommen. Ja, deswegen bleib ich hier. Deswegen... Ja, genau. Ja, das war echt abartig schlecht von mir. Also, das... Nee. Das ging gar nicht. Ich geh mal hier ein bisschen weiter, ne? Hab ich Fackeln? Ich hab Gold gefunden, aber sonst ist hier nix, Alter. Wie abfackeln. Ich muss aufhören. Ey, ich muss echt aufhören, so über Gär zu reden. Du weißt, dass du minderjährige Zuschauer hast. Okay, wir haben hier Gold. Gold kann ich nur mit Eisen abbauen, ne? Ja. Okay, also hier ist Gold. Hast du ne Eisenspitzhacke? Nein, zufällig nicht. Oder? Warte, wo ist Gold? Nee, ich hab nur... Skelett! Oh mein Gott! Und Creeper! Oh, oh! Lapis! 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 Junge! Ich kämpf hier grad gegen... Ah! Eskalation! Eskalation stirbt nicht, Alter! Zumindest nicht. Alter, hier ist noch ein Ender... Hier sind zwei Endermen! Ja, ich seh sie. Alter, was geht hier ab? Junge! Wow! 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 Junge! Alter! Junge, Junge. Alter, das ist... Das war ja grad nicht normal, ey. Ich jungel den Enderman hier. Hallo! Schön unnötig übersteuert, Marion. Ja, ich hab jetzt noch ne Enderperle. Ich hab nen Creeper mitgebracht. Hallo! Wir töten ihn doch. Hallo! Hallo! So, weiß ich. Wo war jetzt das Gold nochmal? Glaub hier, ne? Ja, da. Kommst du? Hier. Du hast ne Eisenspitzhacke, ne? Ja, so schlässig. Schlässig! Weil da können wir nämlich wieder schön, äh, nochmal nen Goldapfel machen. Ich hör irgendwas. Ja, ja, für dich einen. Das ist natürlich sehr wichtig, ne? Ach, da liegt Gunpowder. Ich hol das mal. Eben. Ja, mach das, Boy. Lapis! Ja, hab ich doch gesagt vorher schon. Dachte, du hättest du das gesehen. Ne, 12 Lapis hab ich jetzt. Ich glaub, das war ich gleich gebrochen mehr. Ach stimmt, die müssen sich ja jetzt wieder komplett neu equipen. Na, er, ne? Achso, ja, stimmt. Nur er. Kommst du mit? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du am Bean? Da. Du weißt Fackeln machen, ne? Weil ich seh irgendwas, ne? Er dachte hier, äh, er dachte die, boah, die Story wär true, doch die ist frei. Ne. Da muss ich euch leider disappointen. Ach, hier, warte, ähm, äh, sie denken, diese Story ist free erfunden, sein am Bean? Da muss ich sie leider disappointen. Ein Simula, ne, warte, one similar story erlebt, one dude in den lateen 70s an der West Coast Californians. Das hat Dölit mir mal geschickt, das stand scheinbar beim, äh, bei Moneyboy in den Kommentaren. Das findest du so häufig dieses Jahr, sie denken, diese Geschichte sei frei erfunden? Da muss ich sie leider enttäuschen. Eine ähnliche Geschichte erlebt ein Pärchen in den späten 70ern an der Westküste. Wir haben ein Problem, also ich denke mal, da unten werden wir einiges finden. Ja, wie kommen wir da runter? Der Boy ist am bilden. Ja, ich warte bis... Er ist am Dicken. Dicken, nein. Oh, okay, das ist schlecht. Er macht doch da wieder zu, Alter. Ach ja, stimmt, für den, für den Topra-Idiat, ne? Genau, so sieht das aus. Und hier eine Fackel hin für den Topra-Idiat. Danke. Muss ich eine Enderperle schmeißen? Ich hätt mir echt Enderperlen benutzen können. Nein, wir haben nicht genug. Ich hab drei. Ich hab auch drei. Also passt doch, ich hätt mal eine verschwenden können. Kannst du mal ein bisschen Respekt getten? Respekt getten? Für die Enderperlen, oder was? Digga, so viele Endermengen, die wir treffen. Okay. Lapis. Dias! Entschuldigung. Pass, laber nicht. Alter! Wir haben Diamanten gefunden! Oh nein! Okay. Endlich! Deine Audio war echt schön hier. Das heißt, endlich. Wir haben voll viel. Lapis. Eh nur Fake. Halt die Fresse. Glaubst du, Team Kommler hasst uns? Boah, ich hab hier Gold. Ja, dann nimm doch. Nimm doch das Gold mit, Alter. Was ist los mit dir? Ja, ich muss dafür aber hier an der Lava vorbei. Boah, dir doch zu, Digga. Ich hab gleich keine Spitze. In die Lava? Nein. Ich wollte dich ein bisschen verarschen. Ich vertraue dir. Ich glaub dir das auch noch, du Huan-Sohn. Ey, ey! Ich schieß dir gleich mit der Bazooka so in dein fucking Face, ne? Hier kommen wir nicht gut leider. Hä? Ich hab doch hier ein Loch gegraben. Hier, der Boy hat doch Löcher gebuddelt. Du bist da weiter. Dias! Lass laber da nicht. Ich hab die grad nicht mal gesehen. Alter, jetzt... Einer. Jetzt gehen wir aber... Wie viel hattest du vorher? Zwei, ne? Also drei haben wir jetzt. Nee, vier waren das eben. Ach, vier. Krass. Ich hab jetzt fünf. Dann haben wir jetzt, äh, 20. Das ist scheiße, Alter. Das ist scheiße. Alter, wir sind so die Dias am Getten, Alter. Übel, Mann. Wir sind richtig am Stizzle-Heaven. Kannst du mal kurz in deinen Stats gucken auf F3? Ich hab keine Spitzhacke mehr, fuck. Ja, was soll ich da gucken? Äh, auf welcher Höhe wir sind. Ach so, das sieht man doch bei der Minimap, 20. Alter, der Boy ist so am Lernen, ne? Wie viel der Schwerkraft zum Opfer. Das wär's jetzt, ey. Ich würde so lachen, wenn der... Weil hätten die nur ein Leben, Digga. Das wär schon... Ich muss mal kurz ein paar Sachen in die Lava werfen, dann sind wir mal ein paar Sachen losgerufen. Okay, Boy? Okay. Der Boy ist das Money in Heaven, Alter. Ja, wo willst du hin? Einfach hier geradeaus, oder was? Ja. Ich hoffe, da kommt jetzt keine Lava, Alter. Das wär richtig scheiße. Na, ich will einfach nur nach oben, weil ich oben auf die Fläche will. Warte. Ich mach mir kurz... Ja, ich warte hier mal auf dich. Ey, Dude. Du machst mir echt Worries, Alter. Warum? Weil ich singen, oder was? Ja, du mit deinen strangen... Weißt du zu reden, Mann. Können wir uns mal normal artikulieren, geht das? Halt dein Maul, du hässlicher Wund. Du, dein Schnauze. Ich fick deinen Schnauze in deinen Arnuss, Junge. Ja, du hältst jetzt deinen Schnauze, weil ich mag nämlich den Geräusch, den du machst, wenn du deine Schnauze hältst. I believe I can fly. Ich hab noch mal in der Folge geguckt, ne? Also, die hatten ultra viel zu essen, da hätten wir uns vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen können, aber... Wir hätten uns was mitsnacken können und du hast es nicht mitgenommen, alter Boy, du bist so... Ja, essen ich... Also, ja, wie viele haben... Ich hab noch sechs rohe... Also, insgesamt 16 rohe Schnauze. Ich hab... Wir haben oben noch 47 Steaks im Ofen, also... Ja, locker flogging. Wenn die unsere Base nicht am gelootet haben sein tun, dann... Okay, ich lass es. EISEN! Okay, nein, Spaß. Ja, 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 ja. Hier, gettet du das Eisen mal weiter. Was hat der Boy vor? Das ist der Boy am Machen zu sein. Ich will, ich will, ich will jetzt zu dem Gold, Digga. Gold, Digga! Oh! Achso, dazu brauchst du mich doch gar nicht, oder? Naja, hier oben war eine Höhle. Deswegen dachte ich, komm, getten wir mal ein bisschen mehr. Okay. Alter Boy, weißt du, wie hoch wir sind? Ja, auf 33. Ja, Junge, da kannst du gleich wieder runterrennen, Mann. Ich bin 3000 Mal zu hoch, ey. Also, Lapis haben wir nicht genug, ja? Ich hab 55. 55? Was? 55? Hier, hier, hier ist die... Nein! Du Vollidurt! Nein! Bruder! Was machst du? Alter! Ich hab nicht mal geschrien, ich Boy. Alter, das Gold hat mich... Ey, das Gold hat mich grad so gegettet, ne? Alter, mir ist grad richtig das Herz in die Hose, Digga. Mir auch, Digga! Ich weiß schon, was drüber wird. Oh! Wer nicht, du Hurensohn. Okay, jetzt können wir da runter, oder? Oder können wir da weiter? Hier ist noch Eisen, ich weiß nicht, wollen wir noch mehr Waffen machen? Ich glaub nicht, ne? Wir haben noch ziemlich, also, wir könnten vielleicht ein paar Mal... Alter, ich hab grad voll... Ich hab grad voll Herz... Herzprassbar, ne? Nicht nur du, Bruder. Äh, du gehst bitte die Treppe. Hier trau ich nicht zu, dass du hier heil runterkommst. Okay, ich geh bitte die Treppe. Hey, vorher hab ich's doch auch geschafft. Das Ding hier unten ist 10.000 Mal kleiner. Ja, okay, ich geh. Okay, ähm, wollen wir weiter in die Richtung, ja? Ja, dann mach mal hier, komm. Pass auf, gell? Ey, wenn du in die Lava fällst, ne? Ach nein, ich doch nicht. Du drückst dauerhaft Shift, bitte. Warte, ich glaube, wenn ich das so mache, haben wir... Für mich ist das STRG. Steuerung. Was ist denn bei dir rennen? Äh, Maustaste. Maustaste? Ach, du hast so eine Gamer-Maus, ne? Da klappt das alles ein bisschen besser, ja. Ja, nimmt das Eisen nicht mit. Ne, ich guck nur, was hier so ist, weil... ...die Folge müsste auch irgendwann enden. Ja, wir haben... Lass mal das Eisen looten, auch gut, wenn das Nap ist. Locker, äh, sieben, acht Minuten, schätze ich mal. Der Server hat ja ewig gebraucht, bis er an war, ne? So! Ich mein, Inf ist voll, Digga. Mein Inf. So, ich hab mehr als genug Lapis Lazul. Ich hab jetzt ein Stack auf ein bisschen. Ah, das ist so viel, Digga. Hast du das Eisen gegettet? Äh, zwischen sechs und acht, glaube ich. Ach so, okay. Ich dachte, da kommen auch immer nur so zwei oder was weiß ich. Oder eine. Oh. Oh, das sieht gefährlich aus. Das kriegt der Boy nicht hin. Der Boy hat die Tactics am... ...heh, heaven, hehe, he. Du kriegst das hin, aber ich halt nicht. Muss halt die ganze Zeit sneaken, ne? Dann geht das schon. Ach, es geht auch, wenn man normal läuft. Digga, ich... Ich hab grad gedacht, du bist wirklich normal gelaufen. Ne, da ist grad nicht das Stückchen. Was machst du denn? Kannst du mir mal verraten, was du machst? Ich will hier rüber. Warum denn? Weil hier noch ein Weg ist. Gut, ich komme. Nike. WIRS! Bock auf den Kampf? Ich hab nochmal vier Diamanten gefunden. Wir haben den Masterplan. Wir werden gewinnen. Wartet's ab. Alex, ich hab... Wir haben jetzt neun Diamanten, Digga. Läuft bei uns, Alter. Ja, nee. 21, Bruder. Jaja, aber so alleine durch uns gefunden. Ja, das ist schon nice, ne? Eisen. So, okay, gut. Jetzt lass zurückgehen, oben in die Basis. Wir holen uns den ganzen Shit. Okay, ich komme. Und dann sind die... Noch ein... Oh, ich hab sogar fast einen übersehen. Guck mal, so viel Diamanten haben wir schon, dass wir sogar welche übersehen können. Ja, ich bin zurückgerannt. So, nichts. Ich dachte, wär ich geradeaus. Oh, schön sneaken, ne? IRANIMA! Ja, da rennt der Boy, Alter. Was ist das hier? Ah, das ist Kohle. Komm. Okay, lass uns getten away, Alter. Away getten. Lass uns... Lass uns home... Hitten. Homerunnen. Ach, Gott. Oh. Ey. Achso, er meinte uns. Nö, darauf antworte ich nicht. Nö, nö. Nö, ich bin deutsch. Was machst du denn? Alter Boy, wir sind so viel... Wir sind so viel Dias am Heaven, ey. Nö, Alter. Wir gehen jetzt richtig ab. Nö, nö, warte. Ja, ich dachte, du antwortest nicht. Ja, wir sind... Eigentlich stehen wir auch drüber, ne? Komm her. Hier sind wir runtergekommen. Obwohl, wir waren noch nicht in der anderen... Okay, gut. Ich bin sehr weit gekommen. Ja, das war auf jeden Fall ein guter Weg, so. Da... Aber es braucht auch noch... So, wo geht's denn? Warte. Hier, Anti-Tobra-Sterbe-Sterbe-Block. Sterbe-Hilfe. Anti-Sterbe-Hilfe. Ja, komm, lauf. Ach, du heilige Kacke. Zwei Grieber. Zwei Grieber sind da. Ist schon nicht normal hier. Oh, schon wieder so viel Gunpowder, ey. Waren wir hier unten? Was machen, du? Ja. Wo muss man hin? Nach da? Ich hab... Ich hab Ausgang... Ausgang, Höhle ist in die Richtung. Warte mal. Okay, 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 okay. Ach, du heilige Mutter Maria. Okay, lauf weg, lauf weg. Du drauf nicht. Grieber, Grieber. Gut. Auf jeden Fall. Hier ist Flint. Ähm, wir machen uns definitiv... Kannst du das Flint mitnehmen? Dankeschön. Wir machen uns nämlich... Ja, wir machen uns nämlich definitiv... Ähm... Alter! Was denn? Hier geht die Mine, die wir gefunden haben, noch tausendmal weiter. Achtung! Also, ähm, was ich... Lass doch mal den Minengang hier runtergehen. Wo, wo, wo? Hier, hier, hier. Hast du Kohle? Wenn ja, wirf mir mal bitte ein bisschen zu. Warte. Äh, vier Stück brauch ich, genau. Hier, ich wirf dir einfach alle zu, die ich hab. Nein, nicht alle. Ich hab volles Inventar, Mann, hier. Mach ich nur ein Model. So, komm mit. Stell dir vor, wir finden das Portal zum Ende, Digga. Boah! Bruder! Geht hier ab? Hä, Digga! Das Skelett rennt weg! Wo rennt das Skelett? Oh! Dann drehe um. Das sind Brudis, schätze ich mal, oder? Ja. Alter Boy, das ist... Wir haben hier so die krasseste Höhle gesurgt, ey. Mübel, Alter. Das ist ja nicht normal. Was geht denn ab, hier? Na ja, okay, da geh ich jetzt nicht mehr weiter. Aber halt, äh, bei so Minen ist halt das Ende. Und wenn wir dann halt genug Endermen töten, könnten wir das theoretisch sogar wirklich finden und den Enderdrachen töten. Dann hätten wir gewonnen, Alter. Dann wären wir Kings. Ja, Mann. Das wär wirklich lustig. Aber ich glaub, wir wären auch viel zu schlecht equippt für Ender. Ja, ja, schon klar. LOL! Was denn? Max ist wirklich tot. Scheiße, Alter. Haben die jetzt nur noch ein Leben? Ernsthaft? Es scheint so, ne? Krass, Alter. Irgendwie, irgendwie, irgendwie trau ich denen das grad zu, dass sie das irgendwie gefakt haben. Zum Glück war's völlig ernst. Was? Ich weiß, wo die ganzen Zombies herkommen. Wir haben Spawner gef... Ach, nee, das ist der Eis... LOL! Hm? Ich dachte grad hier durch das ganze Cobblestone, das ist der Ausgang der Höhle. Äh, das ist der Spawner, aber hier ist der Ausgang der Höhle. Kommst du? Worte. Ihr seid raus. Oh, nee! Kommst du? Ja, ich... Ey, Brudi, mach zu hinter dir bitte, sonst kommen die hier hoch. Ich hab nur geschrieben, dass wir noch eins haben. Äh, wo ist unser... Hä? Was denn? Wo sind unsere Karotten? Ach, hier unten, da bin ich dran vorbeigelaufen. Ich hab hier noch... Ich hab noch elf Bones. Ich mach jetzt mal ein paar Karotten, damit wir noch mal ein bisschen Essen haben. Kannst du mir kurz helfen? Mit was denn? Äh, hier, kannst du die mal wieder neu pflanzen? Du musst ins Wasser springen, Brudi. Oh, Alex, jetzt tippt nicht so viel, Mann! So, was soll ich machen? Du sollst die neu pflanzen, wenn ich die, warte, ernte. Hier, warte. Wie viele Knochen hast du noch? Äh, ich habe... 16 Knochen noch. Ja, mach dieses zum Knochenmehl und wirf sie mir zu. Okay. Wo hab ich die jetzt hin? Da. So. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Und das wegs, sieht so ein bisschen aus, ja. Egal. Oh, oh. Danke. Und du erntest die, komm. Kriegst du wohl gerade noch so hin. Da hinten sind noch zwei, ne? Ja. Alter, irgendwo hier muss doch ein Zombiespawner sein. Also kurz mal, ich erkläre das dir mal kurz. Also, Maxler und Tom hatten noch zwei Leben. Dadurch, dass Maxler jetzt gestorben ist, haben sie noch eins. Wenn jetzt einer von ihnen stirbt, noch... Ne, sagen wir so. Sie kommen in den Kampf, egal mit wem jetzt, äh, sterben beide. Dann darf einer nochmal nachjoinen. Der, der zuerst stirbt. Genau, was aber dann fälliger Schwachsinn ist, weil sie dann wahrscheinlich beide rausgehen. Äh, wie viele Karotten hast du? Äh, ich habe 61 Karotten. Ich hab 40, gut. Dann gibst du mir gleich irgendwie 10 oder so. Okay. Sind wir quitt. Okay. Okay. Waffen zücken. So müsste es eigentlich sein. Waffen zücken. Mit der Erklärung, die ich gerade... Digger, warum schießt du? Oh, Alter. Ich dachte, da sitzt Alex oder so, äh, hier, ähm... Warum sind sie in der Ecke, Alter? Ich hatte gerade... Das war ein Skelett hier in der Ecke, Mann. Ich dachte schon, warum schießt der, Alter? Oh, my fucking God. Okay, Folgenende. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Hau da rein! Tudel! Weee! Ich hab jetzt auch wieder mit dem Mund hingehen müssen, ne? Hab ich doch. Achso, na gut, dann. Ja, dann... Tschüss.